Endlich, Julie. Tante Sylvia. Hör zu, Julie. Gerade habe ich deinen Onkel Elliot angerufen, aber er war nicht zu Hause. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der Grund, weshalb ich deinen Onkel Elliot angerufen habe. Stell dir nur vor, ich hatte einen ganz fürchterlichen Traum und in diesem Traum versuchte ich Elliot anzurufen, aber auch im Traum ist er nicht ans Telefon gegangen, weil er nicht zu Hause war. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Vielleicht ist er ins Kino gegangen oder hat eine Besprechung. Mach dir doch keine Sorgen. Aber ich mache mir Sorgen, Julie. Weißt du, ich habe dir noch nicht meinen ganzen Traum erzählt. Es war wirklich entsetzlich. Außer, dass dein Onkel Elliot in meinem Traum einfach nicht ans Telefon gegangen ist, habe ich fatalerweise auch noch geträumt, dass er mit einer anderen Frau ausgegangen ist. Kein Wunder, dass er da nicht den Hörer abgenommen hat. Dieser verdammte alte Casanova. Aber es war doch nur ein Traum.